Okay, das ist nicht gut. Versuch mal hier hochzuklettern. Ich kann hier nicht hochklettern, weil die Lücke zu schmal ist. Wenn du aber das Steuerkreuz nach rechts drückst, hangele ich mich seitlich durch, bis genug Platz zum Hochziehen ist. Drück das Steuerkreuz nach unten, damit ich rückwärts hinunterspringe. Drück dann sofort die Handlungstaste und halte sie gedrückt, damit ich mich im Fallen an der Kante festklammere. Ja, das ist so ungefähr das, was ich erwartet habe. Und das ist so ungefähr das. Ich trau die Hände an. Dann kannst du keine Handlungstaste, damit ich mich voll auf dem Boden bedenworte. Ich hab das auf den Kante fest, dass ich mich überrascht bin. Ich mach mir auch bis auf drei Hände und bei mir an das Schiff. Was ich mit mir? Ich habe es mit mir so viel zu tun. Ich mache mich mein Herz. Ich habe es mit mir an. Und ich habe es mit mir nur noch viel Zeit. Ich mache mir ein bisschen mehr mit mir.